Hallo, mein Name ist Tobias Messerschmidt und heute erzähle ich euch was über Grabplatten. Was ist zu beachten? Bei Grabplatten ist es so, es hat sehr viele Vorteile, man hat keine Pflanzung, man braucht nichts Gießen, das ist natürlich super und es ist eine sehr kostengünstige Alternative zum stehenden Grabstein. Allerdings ist es oft so, es ist einfach sehr schmutzempfindlich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine eingehauene Schrift habe in den Stein, dann setzt sich da wesentlich mehr Schmutz ab, wie in einem stehenden Stein. Das ist einfach so. Und bei einer Metallschrift, wenn man jetzt praktisch keine Inschrift macht, sondern Metallschrift ist es so, dass man praktisch die Metallschrift, die wird oben drauf gesetzt und da jetzt zum Beispiel haben wir schon öfters gehabt, tritt jemand drauf, ganz unabsichtlich weil Schnee ist oder was auch immer, weil man die Platte auch nicht sieht, dann bricht die Schrift und dann haben wir sogar auch schon gehabt, dass wir die Platte tauschen mussten. Also von dem her, da ist es dann immer ein bisschen die beste Alternative, wenn man die Schrift in den Stein einarbeitet, da muss man nur die Schrift nachmalen. Das ist ein wesentlich geringerer Aufwand und das Risiko ist wesentlich geringer. Und wenn ihr noch Fragen habt, kommt gerne auf mich zu. Euer Tobias. Bобще ist es.